da haben so wieder hochkommen mit der dritte hoch wurde er wird dann würden so gut doch woher wo war das denn jetzt wieder verlaufen? ich glaube hier war das, naja, hier war das muss irgendwie hier hochkommen Och, Eisenerz Äh, war das noch höher? Ne Ja, das war ja ganz toll So war das ein dober Weg vielleicht ist der hier besser Ne Ah, Dornen da ist ein Golddingster-Boomster drin ein Golddingster-Boomster Hatten wir nicht sowieso ein Stack schon voll hier? Jo, hatten wir kriegen wir nämlich auch das Golddingster-Boomster raus nach scheiße so wer ist hier gar nicht nene schaust an wir finden uns dann noch 53 54 immer noch zehn stück dann haben wir erst was heißt erst aber dann haben wir den voll so jetzt kommt man sofort wie hier schon mal waren oder ja guck mal an da haben wir schon mal ganz am anfang wiederum gebuddelt hier genauso Oh man Hey Dankeschön Ah ja, wir sind dann doch ja auch hier längs früher So ein bisschen vage kann ich mich nicht mehr erinnern Aber hier ist auch irgendwie nix Hm Ich glaube darunter war auch nix eigentlich Stopp Hier ist der Weg auf jeden Fall zurück Wir wollen uns ein bisschen höher Alter Meine Güte Ich hab gesagt, ich fliege mir nicht hinweg Das schwirrende Truhe Waren wir schon? Hier waren wir schon, okay Da ist eine doofe Sackgaffe Wollen wir hier mal nachgucken? Oh, hier ist Eisenerz So 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 Ich behaupte mal Das ist ja von da Ah, ich glaub da waren wir schon mal da Glaube ich nicht hier hin Hm, oh Oh Okay Das war nicht alles auf dem Rückblick entdeckt Ähm Keine Ahnung Ne Das war eine Sackgasse Hier waren wir schon Das ist ja auch schon Ich glaube auch das hier in der Sackgasse ist Aha Das ist ja auch schon Ich glaube auch das hier in der Sackgasse ist Aha Okay Wie Jetzt bin ich da unter Oh Krass So Hier sind wir hier Ich kann mich hier dran erinnern Nicht der Meinung Das ist Gold Das ist Gold Oh, ist hier viel Gold Nee, das ist Eisenerz wieder Nee, das ist Eisenerz wieder Hier runter da Blub 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 So Schweine dunkel Schweine dunkel Schweine dunkel Schalalalala Eisenerz Golderz Schön wenn die Sonne noch gerade von vorne kommt Dann liegt mir noch so viel Ah Uuuuh Schwimm hoch da Das ist Das ist Das ist Das ist 可以 Das ist Jetzt wird ja schon wieder ans offene Meer Das ist unser Ausgang vom letzten Mal Na, mal schauen, ob wir oben ankommen Tatsächlich Ja, wir haben nicht das Ziel erreicht, was ich jetzt erreichen wollte Naja, gut, wir haben fast zwei voll Oh, Wale Gut, aber Jetzt die Frage, wo sind wir wieder rausgekommen? Sind wir doch wieder da rausgekommen, wo das letzte Mal auch schon rausgekommen sind? Zum Glück haben wir unseren Orientierungskatalog ja dabei, also unseren Atlas Atlas, Atlas, Atlas Wups Wupangandam-Style So Tatsächlich, ja Da sind wir schon mal rausgekommen Glaube ich Aber warum ist denn hier am Wasser Legen uns wo die Stube Ich denke, was da uns diese Pflanzen gibt Das verstehe ich nicht Asienreis, ja, Asienreis bringt uns ja auch nichts Das ist ja nicht das, was wir brauchen, das Richtige Das bauen wir schon an Was ist das? Ach, da ist es ja Hey, nicht runter Scheiße, da haben wir gar keinen Platz dafür, ne? Hey, schon wieder runtergefahren Da ist es glaube ich gewesen, ne? Ja Okay So ein Stück davon da habe ich direkt Das ist doch mal immerhin was Endlich mal was davon Oh mein Gott Die Sonne geht auch schon wieder unter Kaum kommt man hier oben an, ist schon wieder der Tag vorbei Was ist das denn? Das ist eine abgekaterte Sache So, in die Richtung müssen wir eigentlich laufen, glaube ich Ja, da kommt's Da kommt unser Zuhause Wow Nein Aua Ist doch ein bisschen gemein Ach ja So Zuhause, zuhause So So Buff So Erstmal ein bisschen gucken Ärzte, kommen wir nach da oben Was, wo Wo ist es denn? Ja Okay Achso Wir machen jetzt einmal ganz flottig hier Und legen uns hin Ja Nicht doch Geht doch So So Ähm So Was war das? Ah Reis Okay Ausziehen Ausziehen Ach, dieser Auf jeden Fall schon mal Reis So Dann wird hier schon mal Reis angebaut Dauert natürlich ein bisschen bis das wächst Was ist das? Seaweed Aha Komm, wir haben wir hier einfach anbauen Aber warum haben wir denn unser Dings da nicht mehr? Unsere Cranberries Wieso haben wir denn keine Cranberries mehr? Das verstehe ich nicht Hm Das verstehe ich echt irgendwie nicht Machen wir so einfach mal auf den Rückweg Hä? Ja, die hat doch wieder eingesammelt Oder haben wir die Habe ich die irgendwo in den Dings gepackt? Hier hinten irgendwo hin Damit wir mehr Platz haben Und dann Da haben wir Cranberries Aber wir haben mal Glück auf der einen Seite, oder? Der ist noch Rutsch da Und das Und das Und das Und das Ganz gut, nöpfe Yay Und ich weiß, haben wir nicht hier auch schon You know Genau Okay So So Der ist ja ganz neu Dann haben wir den noch und den noch so So Aber das ist ja schon eher zufall Das wir den noch hatten, ne? Da, 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 da Da, 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 da Ich glaube, das ist ja zufall, dass wir noch den hatten Ich glaube nicht, dass das die Wand immer macht Ah, hier Das ist ein Krokoli Der kommt sowieso ganz anders hin, der kommt erstmal da hin Komm her Dolomit 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 Und hier Dirty Sand Dirty, Dirty, Dirty Dirty, Dirty Dirty, Dirty, Dirty Komm doch erstmal da hin Was? Was ist das denn hier? Was macht denn der Andorond? Jetzt haut er da andauernd selbstständig da Die Steine da hin Kapo Wo kommt denn der Andorond? Wo kommt denn seine Dirty denn schon wieder hin? Ja Den haben wir doch schon hier drin oder nicht? Der muss doch schon da drin sein Der kann gar nicht draußen sein Ne tatsächlich Was? Okay Ich hätte jetzt vermutet Gut, dass der schon hier drin ist Ähm So Erstmal Erstmal Und den auch B B B B B